Wir sind wieder ein Stück weitergekommen in der Produktion der großartigen Harald-Schmidt-Show-DVD, die besten Jahre 1995 bis 2003. Super Highlights, einiges schon vergessen, einiges umstritten und man hat es gar nicht mehr richtig in Erinnerung, aber jetzt kann man es toll sehen. Ja, wir haben heute meinen Kommentar aufgenommen. Ich dachte, ich sage einfach, war alles super früher und das war es, aber nein. Wir haben jetzt hier in den Kellern des Landesarchivs des Saarlands in Saarbrückenscheid ungelogen sechs Stunden gesessen, sämtliche Akkus von Mikrofonen sind explodiert, 30 Kameraassistenten mussten noch in Edekas, Reves und sonst wo hinfahren, um neue Batterien zu holen. Aber jetzt haben wir es geschafft und ich bin echt alle und habe ich unglaubliche Geschichten erzählt. Harald nackt und ich, aber es ist dann alles auf der DVD. Vielen Dank.